Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War. Wir stehen hier vor dem vor Fafnirs Hort, oder? Hoffe ich. Machen wir es mal auf. Ich bin hier in der Nähe von Horten. Hat er wohl recht. Ich wollte mir jetzt eigentlich das hier mal aufheben, aber... Okay. Irgendwie habe ich jetzt gedacht, hier passiert noch irgendwas anderes, aber... Hm. Ach, wir können das jetzt aber woanders reinstopfen. Ach, das ist schrecklich. Okay, wir müssen einmal drum rum, dass in die ganzen Runen sehe ich gerade. Ah, jetzt geht die zweite Runde an. Ich bin bereit. Konvertiere ich. Ich bin bereit. Da lädt ich auf! Hier drin ist nichts als Gip und eine Vogelstatue. Und das sind die Ressourcen, der Hauptgrund, weshalb wir hier sind. Aber viele der Thron sind gelehrt worden. Von den Herrschern, wir brauchen Zendris Wetzstein. Schade, dass wir das nicht kaputt kriegen irgendwie. Nicht reinlaufen, bitte. Das ist nicht gut. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Vielleicht finden wir den Wetzstein. Denk dran, was ich dir über Erwartungen gesagt habe, Junge. Erwarte nichts. Schon klar. Egal. Gutes Gefühl. Gutes Gefühl. Gutes Gefühl. Das war's für heute. Wo ist er denn? Ich bin voll getäuscht. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Ein Hirsch. Dann gehen wir mal wieder. Das sind doch jetzt... Favniers Lagerraum, ja. Ach, wir sind im Horde. Ne, wo sind wir? Favniers Horde. So, und jetzt haben wir ein letztes Mal. Dann sind wir wahrscheinlich da rüber. Und da geht es dann richtig ab. Uh. Ja. Ja. Hä? Wir müssen doch da hin. Wir müssen doch da hin. Wir müssen doch da hin. Noch kein Witz. Wir müssen noch einen Raum. Ich weiß, ich soll nicht hoffen. Aber glaubst du, wir finden ihn? Nein. Super. Super. So, wir haben jetzt dieses Ding. Hm. So, wir brauchen das ganze Hacksilber. Wir gehen jetzt wieder. Einen Raum haben wir noch. Und da geht's natürlich jetzt gleich richtig ab. Geht's hier schon ab? Ja, noch nicht. Da wollen wir doch mal gucken hier. Aufgeladen sind wir, aber unsere Rage ist nicht aufgeladen. Oh. Junge, wir gehen hier am Rand entlang. Leichter Ruhenangriff, okay. Nicht in die Mitte gehen. Die Leiche pissen? Du wunderbarer Kleiner. Mäh. Wer seid ihr zwei? Äh, mit dem Geist des Herrschers sprechen. Äh, Herrschers. Okay. Dann auch noch ab. Nee, warte mal, ich komm zu dir zurück. Wir suchen einen Wetzstein. Wir suchen einen Wetzstein. Wo ist er? Tja, es war einer in diesem Raum. Mein Sohn schärfte seinen Deuch daran und stach ihn mir dann in den Rücken. Was? Dieser Westkerl wollte offenbar das Kommando über meine Leute. Ich war hart zu ihm, ja. Es kam nicht mal überraschend. Ich tat dasselbe, als ich in seinem Alter war. Er tötete seinen Vater? Wo ist er jetzt? Ha, er ist zwar ein Mistkerl, aber er ist mein Mistkerl. Ich werde dir nicht helfen, Nare. Dann hilft mir sein Dolch. Hey! Der gehört mir! Hey! Komm, Junge. Wir gehen. Haha, viel Spaß. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, warte mal. Oh nein. Oh, warte mal. Das ist der letzte. So, haben wir jetzt hier alles eingesammelt? Ne. So. Hier, du schnudner Backe. Ach ja, das war's? Okay, dann geh mal. Junge, wir gehen. Zu Sindri zurückkehren. Ja, Sindri. Wie kommen wir denn da hoch? Denk dran, was ich dir gesagt habe, Junge. Mutmaße niemals. Ja, klar. Er war wohl kein toller Vater, aber... Du kennst nur die halbe Geschichte. Mag sein. Wie kommen wir denn da hin? Ich will nochmal ganz schnell hier rein. Schade. Oh, oh. Schade. Kommt man irgendwie nicht rein. Das ist echt doof. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste... Ah, Waldvergessener. Ich musste ihn doch eigentlich was zurückschmeißen. Ach, so geht das. Oh! Hier lag doch irgendwo was. Danke. Nein, ich will diesen Stein. Ja, schon. Oh, ich brenne. Oh! Oh! Ich bin bereit. Nein. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh Gott. Dankeschön, Sohn. Nein, er ist verschwunden. Oh. 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 Ohne meinen Sohn wäre ich sowas von null. Oh. 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 ja. Oder nicht. Ah, jetzt sind wir hier oben. Wir sind hier falsch. So, jetzt sind wir richtig. Achso, mein Ding ist hier sehr voll. So. Nichts. Gehört dem Hescher, der ihn genommen hat. Das meiste von den guten Sachen war weg. Oh, naja. Nehmt das hier. Im Tausch gegen den Dolch. Oh. Talisman des Verrats. Aktivieren, um die Zeit zu verlangsamen. Der Dolch, den ihr mir gebracht habt, ist recht interessant. Er ist schlicht, aber tadellos gearbeitet. Wo im Tempel habt ihr ihn gefunden? In einem Hescher. Er meinte, er gehöre zu einem größeren Clan. Vielleicht haben die den Wetzstein. Gut möglich. Seine Machart kommt mir bekannt vor. Ich muss euch um etwas bitten. Nur ein kleiner Teil. Achso, er will gar nicht. So. Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Der Dolch, der im Rücken des Heschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also, seine Spur führt zu Heschern, die von der Norfri-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein. Mit dem ich euch helfen könnte. Okay. Da fehlt noch einiges. Das ist schade eigentlich, Hüftrüstung. Die ist anscheinend schon oben. Also, hier kann man auch dieses Metall-Ding nicht mehr auswählen. Hm. Als ob. Wer bezahlt denn deine Rechnung, hä? Nun gut. Jetzt sind wir... Ach, wir sind ja hier gewesen. Stimmt. So. Dann fahren wir jetzt wieder runter. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Genau, Knochen. Was anderes... War das hier? Da sollen wir einen Brock treffen? Hm. Hm. Notri-Festung gehen. Wo ist das denn? Wo ist die Notri-Festung? Notri. Hm. Favniers Flug? Hm. Ich bin mir nicht sicher. Wo wir eigentlich hin sollen. Wo diese ominöse Festung sein sollen. Das sind interessante Steinchen hier. So, während wir hier auf das Boot steigen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben leider den Wettstein nicht gefunden. Wir sind jetzt auf der Suche nach der Notri- oder Notri-Festung. Mal sehen, wo wir die finden. Habt einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.